Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr wollt die Majora's Mask in The Zelda Tits of the Kingdom haben. Ich erkläre es euch, es ist gar nicht so schwer. Also es ist eine ganz normale Maske, die einfach nur eine einzelne Stärke hat, aber ihr seht der große Boden dieser Waffe ist, dass ihr in Gegner Horde rumlaufen könnt, ohne dass ihr angegriffen werdet. Es ist sehr praktisch, wenn ihr mal gerade irgendwo kurz hin wollt oder wollt mal gerade was schauen, könnt ihr so einfach in die Basen reingehen und es passiert euch überhaupt nichts. Sie ignorieren euch oder sie gucken euch an, ich weiß nicht, ob sie über die Maske stehen, aber auf jeden Fall, ja, ihr könnt einfach durchlaufen. So, was braucht man denn, Leute? Ihr müsst gegen fünf sehr, sehr starke Gegner kämpfen, aber das kann man umgehen, denn es gibt nämlich eine Möglichkeit, starke Gegner nicht besiegen zu müssen und das sind die Antike Dolch. So, die macht eben auch Pfeile, deswegen sind die Antike Dolch. Damit könnt ihr den Gegner einfach verschwinden lassen. Einfach anschießen und weg ist der Ganze. Und ich zeige euch gerade, oder ich zeige euch das mal, wo man diese am leichtesten farmen kann. So, das ist ein kleiner, ja, ich will nicht sagen Mini-Spoiler, weil den Ort kann man auch so selber entdecken. Es gibt in der Unterwelt, gibt es den Geister-Tempel, ja. Ich werde euch jetzt hier nichts storymäßig zu dem Tempel verraten, aber es gibt ihn auf jeden Fall. Ich zeige euch gleich nochmal genau, wo der ist. Wie gesagt, ihr könnt da auch schon so hin, aber um das freizuschalten, müsst ihr ihn so gesehen gespielt haben. Das ist ganz wichtig, also um den Antiken Dolch freizuschalten. Die Magio aus Mars könnt ihr euch auch so holen, aber ihr könnt hier super leicht euch auf jeden Fall die Antiken Dolche holen. So, also der Tempel ist im Prinzip genau an dieser Stelle. Im Prinzip einfach hier, dass ihr so ein Bild habt, wo wir hier ungefähr sind. Und ja, also wie gesagt, müsst ihr überlegen, ich würde halt storymäßig kommt ihr halt hierhin. So, gehen wir in den Tempel rein, müssen wir mal hier runter, oder ihr habt den schon gespielt, die sagt man kann auch nachdem man ihn ja gemacht hat, neu hierher kommen. So, und dann haben wir, wenn wir den nämlich abgeschlossen haben, haben wir unten einen Händler und nämlich sogar zwei Händler. In einem könnt ihr halt Sonium-Waffen kaufen, also Nanium-Waffen kaufen und in dem anderen Händler könnt ihr Dolche holen. So, und dann geht ihr einfach hierhin an den rechten Händler. Und hier sagt ihr euch, jo, grüß euch, für 50 Sonamium bekommt ihr einen antiken Dolche. Und das könnt ihr halt so oft machen, wie ihr wollt. Ich würde euch empfehlen, holt euch sechs Dolche, weil fünf braucht ihr, aber falls ihr einen verschießt, ist immer ein bisschen praktisch, nochmal einen zweiten dabei, also einen Ersatz dabei zu haben. So, habt ihr das gemacht, müssen wir in die Arena, wo die fünf Gegner warten. Wir reden von fünf Läunen, Leute. Und auch nicht gerade schwachen Läunen. So, dafür müsst ihr... In diese Arena hier, in die schwimmende Arena. Diese ist relativ am Startgebiet eigentlich schon. Ihr seht hier Späherposten und hier direkt unten drunter, unter diesem Kreis, ist der Kreis. Ja, passt ja. Hier ist auch die antike, also die Zentralmine, ja. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr von hier aus einmal hier rum, hier rüber geht, zu der Wurzel hier, zu der Mustustwürfel, äh, Würfel, was habe ich heute Morgen, ey? Mustustwürzel, oh Gott. Ähm, und dann läuft ihr einfach hier rüber. Das Ding, ihr könnt aber flach über den Boden hier reinlaufen, man muss nicht von oben irgendwie rein. Ist aber auch möglich, dass ihr einfach reinfliegt, ja. So. Und ihr könnt aber ganz wohl dahin laufen und dann habt ihr eine Kiste in der Mitte. Und ich würde sagen, ich blende euch mal ganz kurz ein, wie das Ganze aussieht. So, Leute. In der schwimmenden Arena angekommen, geht ihr einfach, wie gesagt, runter in der Mitte, seht ihr schon die Kiste. Und sobald ihr bei der Kiste ankommt, gehen die Tore zu. So. Und in dem Augenblick spawnen jetzt, äh, Läunen. Und davon, wie gesagt, fünf Stück in aufsteigender Schwierigkeitsstufe. Und ihr seht, sobald die spawnen, könnt ihr einfach mit dem antiken Dolch direkt auf euren Pfeil verbinden, zack, draufschießen und der Läune despaunt. Wie gesagt, ich hatte hier nur fünf, jeder Schuss musste sitzen, aber, ja, das müsst ihr entscheiden. Wie gesagt, ich würde einen mehr mitnehmen. Und ihr seht, die werden immer stärker. Es werden immer höhere. Klar, ihr könnt die auch normal besiegen. Ich habe aber den Skill nicht dazu, fünf Läunen am Stück zu besiegen. Besonders auch sogar den hier, weil der ist nochmal ein anderes Niveau, ja, muss ich sagen. Und wenn ihr den auch weggeballert habt, zack, dann könnt ihr die Kiste aufmachen. Für die antiken Dolch, Leute, gibt es aber, falls ihr euch sagt, ja, aber ich habe noch nicht den Geistertempel gemacht, ich bin storymäßig noch nicht so weit, möchte aber gern Majora's Mask, haben wir das eigentlich auch kein Problem. Es gibt auch einzelne Möglichkeiten auf der Karte in Schreinen, in Kisten ein paar zu finden. Am besten müsst ihr das googlen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wo ihr nochmal, wenn ihr die sammeln wollt. Oder, was auch geht, wenn ihr Amiibo-Figuren habt. Ja, ich habe mir hier zum Beispiel diese Ersatzkarten gekauft, die kann man auf Amazon holen. Da habe ich auch ein Video zu den Amiibo-Figuren gemacht. Das ist im Prinzip wie ein Amiibo, ja, nur halt als kleine Karte. Und auch da können antike Dolche rauskommen. Also ich hatte jetzt drei Tage hintereinander, da habe ich alle Karten, das sind 38 Stück, eingegeben und hatte fünf Dolche bekommen. Also auch da bekommt ihr die raus, wenn ihr eine Amiibo-Sause habt oder euch so Karten holen wollt für den ganz normalen Allgemeinloot. Ja, könnt ihr das auch mitnehmen. So Leute, ich würde sagen an der Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, in der schwimmenden Arena gibt es die Majora's Mask, ihr könnt die Gegner besiegen, ihr könnt sie mit antiken Pfeilen wegballern. Ich würde euch empfehlen, im Geister-Tempel die euch zu holen, gehen aber auch über andere Möglichkeiten, aber die sind halt ein bisschen aufwendiger, muss man sagen. Wie gesagt, Amiibo ist halt Glückssack, wo dauert ein, zwei Tage und sonst müsst ihr halt im Endeffekt fünf verschiedene Orte finden, die euch passen, wo ihr die halt holen könnt. Wie gesagt, in den Schreien oder so, wo es die halt gibt, sind auch nicht unbedingt die leichtesten und auf den Orten zu finden sind die nicht die leichtesten. Ja, Leute, also ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis denn und ciao.